Hallo? Geh auf! Ah, Rechtsklick. Wow, ich hab wirklich all das neue Zeug, ne? Das kennt doch kein Mensch. Rechtsklick? Ja, um das Tor aufzumachen. Guck mal, wer hier kommt. Hallo, neuer Peter! Genau, Peter der Zweite. Komm mal rein hier. Mitte und unten rechte Maustaste. Ja, genau, das hab ich schon rausgefunden. Sehr gut. Haha. So, einmal, da ist noch, da ist sein Kollege. Nimm ihn! Ähm, komm mal mit. Das ist, äh, Petra? Hoffentlich, sonst wenn wir gleich verpaaren, wird's komisch. Ach was. Geh da rein, komm! Geh rein, nein! Muss nochmal, ich hab ihn verscheucht. Wieso hat der denn Angst? Ich hab doch nur ne Axt in der Hand. Mhm. Machst du mal Tür zu? Äh, ja. Und irgendwie ist der andere weg. Was? Oh, ich glaub, der ist ins Haus rein. Und dann ist der wieder weg. Ach, wie dumm. Genau, wie der da jetzt auch. Ja, gut, dann mach ich hier mal zu und dann, äh, haben wir hier irgendwo Glas. Ach nee, Glas haben wir hier. Uh, ich das Huhn hauen. Machen wir hier mal zu. Ja, gut gemacht, Hex. Das arme Glas. Hast du sie wieder? Ja, ich, also eins hab ich. Das andere muss ich gleich suchen gehen. Ach, ist das in den Keller runter? Kannst du haben. Ne, ist nicht gut. So ist alles zu? Gut. Gleich ist wirklich alles zu. So, geht da. Huch. Hast du im Keller schon geguckt? Ja, da ist sie nicht. Okay, ich glaub ich hab sie. Immer diese Zicken, die... Ich glaub mir, die ist noch ein Teenie-Alter. So im... Wäh, Jungs-Teenie-Alter. Hm. Na mal gucken, ob ein bisschen Weizen das ändern kann. So, komm mit. Ja, das funktioniert immer. Frauen und Weizen. Schauen uns Frauen zu? Ist ja... Die Frage kam jetzt zu spät. Ja, das... Ja, stimmt. Ja. Naja, gut. Dann muss ich mich auch nicht mehr entschuldigen. Doch, natürlich. Ich hab gar nichts gegen Frauen. Ich find die super. Bleib mal bis da. Du musst den monumentalen Moment... aufnehmen, wie wir jetzt die beiden verpaten. Also ich klicke einfach beide mit dem Weizen an, richtig? Ja. Zack. Da ist krass im Weg. Zack. Sind da jetzt Herzchen zu sehen bei dir? Ach. Ja. Ja, das ging schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Also meiner Tochter hat es ein bisschen länger gedauert. Wirklich? Habt ihr euch nicht auch nur angesehen und dann war sie da? Ja. Genauso instant da. Plopp. So, gib auch meinen Namen für das neue Tier. Wir haben das jetzt Peter. Ich stell mir das gerade lustig vor. Petra. Plopp. Na gut. Ähm. Ja, stimmt. Was ist die Verniedlichungsform von Peter? Peterlein? Ähm. Und wenn es eine ist, dann ist es Petrinchen oder so? Klingt schon mal interessant. Ach man. Ach man. So. Petri. Ja, eine Petrischale. Äh. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir da... Hast du noch mehr Weizen eigentlich? Äh, nee. Ich hab drei Stück abgebaut. Einen Eimer voll Wasser hast du? Äh, ich hab den Eimer. Ja, warte mal. Hier. Ich bin nämlich gerade dabei, ein paar Schilder zu bauen, die wir ans Gatterrand tackern, wo die Namen der Tiere raufkommen. Gut, dann mach ich mal hier wieder einen wagemutigen Austritt Richtung Wasser. Ja, ich weiß, ich mach... Ich dramatisiere das immer so ein bisschen. Weil, äh, es ist viel lustiger. Aua, 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 aua. Ich bin auch gerade am sterben. Cool. Welkommen zu der Klappe. Ach, jetzt haben wir nur einen, ne? Das heißt, ich muss das... Ah, das Ganze nachher nochmal machen. Ach, jetzt bin ich fast... Also... Ich bin wahr, era-nal wie? Au, aua, aua. Ich sterbe hier und du lachst nur. Ein Zombie, eine Spinne und sechs Bogenschützen und ein Schwein. Ja, die sind jetzt mit dir draußen. Nee, nee, die verfolgen sich nicht. Doch, ein Skelett. Äh. Entschuldigung, das sei jetzt gerade lustig. Ja, das ist Karma. Ich hab gelacht, weil die dich verfolgen. Schon, zack, bin ich tot. Ja, das... Mach mal die Tür auf. Wieso? Weil ich gerade fliegenderweise zu dir angestürmt komme. Ach, du hast hier schon einen Helm gebaut und stirbst trotzdem? Das ist mein privater Helm, den gibt's gar nicht. Ja, ich hab ja doch ein paar Rinder getötet. Ja gut. Willst du einen Eimer voll Wasser? Nein, nein. Ja, also ich finde, das Ganze hat sich jetzt gelohnt. Wir haben jetzt hier einen Eimer voll Wasser. Super. Ne, damit können wir vier Felder von, äh... Ne, fünf Felder von Weizen anbauen, oder? Du bist mutig. Uns hauen jetzt gleich wieder die Hühner ab. Und wieso ist da ein Skelett in unserer Hühner... Nein! Nein! Geh! Was zur Hölle quietscht du da? Äh, Petra ist gerade wieder abgehauen. So, drängeln wir sie mal. Ja, nee, das ist Peter. Petra ist draußen. Du hast dein Loch links auch reingerissen. Oh, okay. Nein, Petra! Ach, nein! Und Petri ist auch draußen! Nein! Mann, äh, nein, ich gehe da nicht runter. So, komm. Sieben Zuschauer. Wow! Ja, läppert sich. Nein! Ja, kein Weizen. Ah, Mann! Äh, Petra ist jetzt auch draußen und ich... Wo bist du? Au! Ähm... Du bist tot. Ja. Dafür haben wir ein Skelett eingefangen. In unserem Gatter. Ja, schon fast in unserem Haus. Auch eins. An dem verplügel ich jetzt mit bloßen Händen. Skillshot, ein Skillshot. Ah, wenigstens. Ach. Krieg mir... Hab ich den auch getötet? Den was? Das Skelett. Ah! Weil der... Peter tobt. Aua! Ah, jetzt komm hier! Ja, meine Axt geht kaputt. Toll! Ja, gut. Aua! Was ist denn mit uns? Wo ist dein Schwert? Ja, das ist... Ach, das hab ich sogar im Inventar. Hier. Ähm... Ja, ich dachte, es sei lustiger so. Ich bin ja eh extra gestorben, weil ich grad ein bisschen Hunger hatte. Dachte ich, ich sterbe jetzt einfach und dann hab ich keinen Hunger mehr. Und ich hab sogar drei Herzchen mehr als vorher. Das hat sich alles ganz fest gelohnt. Genau, alles geplant. Ja, jeder, der was anderes sagt, ist ein Schuft. Eigentlich will ich seit etwa einer knappen Stunde unser Haus fertig bauen. Und... Ja, das machen wir tagsüber. Jetzt ist es irgendwie ein bisschen chaotisch. Aber jetzt, wo alle Hühner draußen sind, können wir die Hölzer ersetzen, dass es alles gleichmäßig aussieht. Ja, mach du mal. Ja, also diesen einen Streifen hier oben über dem Glas können wir ruhig so hell lassen. Das sieht dann mal ein bisschen anders aus. Bin ich jetzt blöd? Man macht doch mit Alt gleich ganz viele davon. Ähm... Nö, mit Shift. Ah... Okay, ich bin blöd. Achso, und um die Frage zu beantworten. In der Woche über kümmere ich mich um meine Tochter. Und am Wochenende arbeite ich in der Spielhalle. Was ein recht cooler Job ist. Also ziemlich chaotisch, aber trotzdem cool. Was für eine Spielhalle? Also so mit Roulette und so? Ja, eine Roulette haben wir nicht. Wir haben Spielautomaten. Und Billard und Snooker oben. Und solche Sachen halt. Ah, okay. Oh, cool. Darf ich regelmäßig Kiddies rausschmeißen? Ach ja. Nein, das ist gemein. Aber es ist schon komisch, wie viele Leute versuchen da reinzukommen, obwohl sie nicht alt genug sind. Oder sturzbetrunken versuchen reinzukommen und so eine Sache. Was hast du gemacht? Äh, nichts. Ne, ich hab nur da unser Hausdach ein bisschen komisch. Und ich hab nicht mal ne Axt. Was ist denn das? Ja, ich hab ein Werkzeug vor Ort eingelegt. Und dann machen wir hier gleich noch das Skelett kaputt. Tyrannimo! Ja, da kann ich helfen. Achso, und gelernt hab ich direkt nichts. Ich hab studiert. Also, äh, Lehramt an Gymnasien für Mathe und Bio. Ja. Ach du weißt. Dann kann man ganz viel anfangen später. Nicht aufsprengen, nicht wegsprengen. Ah. Ich weiß nicht. Doch. Ne. Halte ich für ein Gerücht. Ja, vielleicht. Ähm. Wenn der wenigstens so viel weg, also so viel droppen würde, wie man da wegsprengt. Ja, da fehlt irgendwie ein bisschen was. Mist. Hat's noch eins? Ja, hier. Dann können wir wenigstens unser Gatter, nein, fast wieder zu machen. Was brauchst du? Ähm. Ja, zwei Gatter und ein Tour und eine Menge Erde. Äh, okay. Und wir haben einen weiblichen Zuschauer. Ah, nee, gar nicht. Einen männlichen zweiten Gokti-Freund. Und er mag anscheinend das Caps Lock. So, wie war das Gatter jetzt? Ja, stimmt. Ah, ich hab's. Also, Tour hab ich. Äh. Was wollte ich? Ach, ich wollte schauen, ob hier Sand noch drin ist. Nee, ist nicht. Geh weg! Ah. Ja, das ist auch so eine Eigenheit von mir. Meine Tastatur klemmt manchmal. So wie jetzt. Dann kann ich... Ah, jetzt. Ja, dann drücke ich ganz oft auf eine Taste und es passiert einfach gar nichts. Ach. Hast du eine Funk-Tastatur? Ja, ich bin ein Depp. Ich weiß. Äh. Nein, das ist mir nur mal so Respekt an den Dingern. Ja, nee, das ist wirklich kacke. Aber das war so ein Sonderangebot, weil als ich den neuen PC gekauft hab, hab ich gedacht, ja, Tastatur und Maus brauchst du nicht, hast du ja schon. Und jetzt hab ich nur einen solchen alten Eingang, weißt du, was ich meine? So die Runden. Mhm. Äh. Äh, äh, ja, das hab ich irgendwie nicht so ganz realisiert damals. Und, ja, dann wollte ich eine neue Tastatur kaufen mit, äh, mit einem USB-Stick dran. Also mit einem USB-Anschluss. Stecker, ja. Und dann, äh, ja, da war da so eine super, äh, Aktion, ne? Ja. Mit Gamer, Brot, Tastatur und so, ja, das kenn ich. Ja. Ähm, ja, das ist meine Leidensgeschichte. Was war das? Das war schon wieder ein Creeper. Und, weil es regnet, laufen überall noch Skelette und so rum. Ähm, ich möchte kurz anmerken, diesmal war ich's nicht. Äh, lass mich in das Haus rein. So. Äh, hast du ein Schwert? Wenn ja, dann töte mal bitte das Skelett, das in unserer Tür steht und auf mich schießt. Oh Mann, alles muss man immer selber machen. Wie, wie hat der jetzt nach hinten geschossen? Ähm, keine Ahnung. Der hat dich angeschaut und nach hinten durch dich selbst durchgeschossen. Finde ich nicht fair. Nee, nicht auf dem Skelett. Hat ja nichts drin. Ähm, ja, äh, doch, Knochen und so. Äh. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem. Spann mal den Bogen, äh, aus dem Stand. Einfach, dass er rückwärts schießt. Ich fänd's, ich, ich wüsste nicht wie. Aber gut, ich bin auch, äh, hier mit Reden und Quasseln und, äh. Einbeschäftigt, jo. Ja, mit dem schon völlig überfordert. Ah, das Weizen ist immer noch nicht fertig. Kann man das auch irgendwie mit Knochenmehl beschleunigen oder so? Ja, natürlich. Oh, okay. Dann verrate ich noch zu Knochen. Ich hab auch noch einen, ich werfe ihn hier vom Dach runter. Hüpp. Oh, okay. So, und Knochenmehl. Und wir haben noch ein paar Knochen in der Kiste, richtig? Richtig, ganz viele Knochen. Mua. So. Ja, ich wollte hier runter. Nur, falls sich das jemand gewundert hat. Äh. Nein, ich bin runtergesprungen. Aha. Oh, aber Knochenmehl funktioniert nur. Ein Knochenmehl lässt ein Weizen wachsen. Das ist keine Flächenwirkung. Ne. Schade. Aber du kannst damit, äh, mit Knochenmehl auf normalem, sorry, Chat, ich muss da kurz meine Nase putzen. Ähm. Du musst, äh, du kannst auf normales Gras mit Knochenmehl und dann kommt ganz viel hohes Gras. Also wenn wir mal kein hohes Gras mehr hätten, was hier aber nicht unbedingt der Fall ist, aber dann könnte man damit ganz viele Seeds machen, holen. Hm, okay. Ja, das ist echt irre praktisch, das Knochenmehl. Ja. Wir müssen dann irgendwann mal so eine Skelettfalle bauen. So eine Monsterfalle? Ja, das habe ich noch nicht mitgemacht bisher. Noch nie? Ne, das war mir immer so suspekt. Ach, das ist cool. Weil ich habe es einmal gesehen bei einem gewissen großen Spieler, aber, äh, sonst nicht selber gemacht. Bei einem gewissen großen? Ja. Ja? Man darf ja keinen Namen nennen und so. Stimmt. Schleichwerbung. Ne, sonst wird man gleich wieder totgeschlagen. Äh. Ja, man kann mehrmals totgeschlagen werden. So. Ach so, ich habe jetzt ganz viel Weizen. Ach, ich wollte Holz hacken. Mann, ich bin auch... Ha, ich bin auch schusselig. Ja, dann mach mal ganz viel Hühnchen. Genau, hast du die irgendwo laufen sehen? Ja, durch unsere Wand, vor etwa 10 Minuten. Okay, eins habe ich. Ja, zwei habe ich. Aber ich finde die Petrischale nicht. Ja, die ist mittlerweile wahrscheinlich eine Petrus-Schale. Ach, stimmt. Die wachsen recht schnell, hm? Ja, etwa so schnell, wie sie gezeugt werden. Oh, okay. Oh, kann man Hühnchen mit Knochenmeer bestreuen? Ich weiß nicht. Das habe ich jetzt noch nie probiert. Komm mal her, Hühnchen. Ne, schade. Also was hast du gedacht, dass dann zwei sind? Nein, Riesenhühnchen. Ach so. Aber Pilze kann man, hast du das schon mal gemacht? Das habe ich schon mal gemacht, ja. Das sieht cool aus. Ja, das sieht wirklich lustig aus. Ich weiß nicht genau, bei dem, den ich da gesehen habe, der hat das als Überlebenstipp genannt. Wenn du verfolgt wirst, dann machst du einfach einen Pilz auf den Boden und tust Knochenmehl drauf. Und dann hast du so einen kleinen Shelter, wie er das genannt hat. Ich glaube, ich wäre überfordert, das dann in dem Moment zu machen. Ja, vor allem so schnell. Okay, da kann man sich auch irgendwo in den Boden graben oder in der Wand oder so. Ach, was wir gar nicht geschaut haben, ist, ob es zu dunkel ist in der Nacht für den Stream. War es zu dunkel? Haha, wir haben wie viele Lächte schon gemacht? Etwa drei? Ja, ich denke, die Frage kommt genau rechtzeitig. Ja. Aber es hat sich bisher keiner geschwärt, also passt das. Stützbeilk ist in das Dach. Was, wo außen hier? Nee, ich glaube, er meint drin. Wow, Gokti weiß, von wem ich spreche. Ja, bei ihm habe ich das, glaube ich, geschaut. Ich habe mich bei Paul Sorcer, wie auch immer der heißt, ein bisschen schlau gemacht. Sein ganzes, ja, ich habe sein ganzes Tutorial schnell durchgeschaut. Einfach, weil ich vor etwa einem Jahr das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Und ja, vor einem Jahr sah das Ganze ein bisschen anders aus. Ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht? Naja, es war ein bisschen simpler, sagen wir es so. Es hat ein paar weniger... Ja, habe ich was gemacht, in der Zwischenzeit. Ach, Fackeln unter einem Holzdach. Ja, Realismus pur. Ich habe übrigens Petra und Petrischale gefunden. Und die Petrischale ist auch noch klein. Ah, cool. Ja. Hier drei, hier in dem Fall auch drei. Also haben wir jetzt vier Hühner im Gattach. Wow, ich bin... Was, vier? Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert. Ja, vier. Ich habe ein fremdes Huhn noch irgendwo eingefangen. Ich dachte, es wäre Peter, aber es war wohl Frost oder so. Ich sehe nur zwei. Ja, jetzt kommen sie doch. Ach so. Da im Hühnermarsch. Ach so. Guck, zack, zack, zack. Hallo. Hallo.